Musik Beim diesjährigen Schlossfest wird selbsternannter deutscher Adel live auf der Bühne zu erleben sein. Wie die Stadt Weißenfels mitteilte, werden die Prinzen am 26. August 2016 ab 19 Uhr im Schlosshof für Stimmung sorgen. Tickets gibt es in der Touristinformation in Weißenfels sowie online bei eventim.de und reservix.de. Die Band, die mit A Cappella-Popsongs Anfang der 90er Jahre durchstartete, feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Musik